Ich muss mich Ihnen noch vorstellen. Mein Name ist MacMissa, Finn MacMissa, britischer Geheimdienst. Hey Leute, ist das Ihr Appell sicher? Ich habe einen Auftrag und der ist schwergeheim. Ich bin auf der Suche nach einem Auto, aber nicht irgendein Auto. Lightning McQueen, willkommen zum Welt Grand Prix. Der schnellste Rennwagen aller Pisten. Katschau! Wenn eine Mission so gefährlich ist, vertrauen die weltbesten Spione... ...puh, das war echt knapp. Einem absoluten Gewinner-Team. Habt ihr gehört? Gewinner-Team. Ich werde nämlich auch gebraucht. Uah! Ist der Amerikaner? Aber was für einer! Tja, also ich habe auf der Agentenschule wirklich von der Pike auf gelernt, wie man mit Ganoven, Bösewichtern und Weltzerstörern umgeht. Ich hoffe, ihr habt das auch drauf. Na klar, ich habe sogar ganz fleißig geübt. Seht euch mal den Abschleppwagen da an. Boah, ein bisschen Karate kann ich auch. Hatscha und Sabra! Aber die Rechnung habt ihr ohne mich gemacht, Leute. Denn da, wo ich bin, herrscht hochexplosive Stimmung. McQueen darf das Rennen nicht gewinnen. Kass 2. Ab jetzt im Kino. Tarnungsprogramm aktiviert. Hey, jetzt mach einen bayerischen Truck aus mir. Wahnsinn, da gehe ich gleich zum Reifenplatteln. Servus!